Willkommen zu einem neuen Part Starry Seasons und heute ist der letzte Frühling-Tag und die Blumenmesse. Ich sollte nicht vergessen, allen Blumen zu schenken. Ja, ich schau mal kurz in meine Tasche. Ich habe ja den ganzen Monat lang extra die Blumen nicht verkauft. Ich habe hier sieben plus vier sind elf. Ja, okay, ich habe elf Blumen. Die kann ich heute verschenken. Es wird wahrscheinlich nicht für alle Leute reichen aus dem Dorf. Es tut mir leid, aber ich kann halt nichts machen, wenn ich nicht alle habe. Meine eine Taste funktioniert übrigens immer noch nicht. Ich muss es immer so machen. Also dieses Schnellmenü auf der L-Taste oder R-Taste funktioniert halt nicht. Oh, warte mal. Mein Bruder macht so richtig komische Geräusche im Hintergrund. Ich kriege Aggression, weil der hat eigentlich... Ich hasse meinen Bruder manchmal. Ich meine, der ist gerade nach Hause gekommen und singt und labert irgendeinen Scheiß vor sich hin. So richtig unnötig. Ich glaube, das hört man jetzt auch wieder in der Aufnahme. Könnte ich richtig ausrasten. Ah, naja. Egal. Ist jetzt passiert. Ich weiß nicht, immer so aggressiv, weil ich so Wut auf ihn bekomme. Ja, ihr kennt das ja, wenn ihr Geschwister habt. Aber im Endeffekt ist man doch ganz froh, Geschwister zu haben. Aber das eigentliche Thema, worum ich heute reden wollte, ist nämlich, wie ich denn in so kurzer Zeit so viele Abonnenten bekommen habe. Also, ich finde das schon viel. Und... Ja, das ist... Oh, das Futter ist weg. Ähm, ja. Also, jetzt zum Thema. Ja, ich habe... Ich weiß es eigentlich selbst nicht. Ich glaube, es liegt einfach am Animal Crossing Let's Play, das auch so erfolgreich geworden ist. Ähm... Ich habe ja jetzt noch nicht mal ein Jahr YouTube mache ich. Ähm... Mein Kanal existiert auch schon seit dem... Ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber seit 2012 existiert mein Kanal. Aber so richtig aktiv YouTube mache ich erst seit, ähm, Mitte, Ende November. Und deswegen finde ich das schon ziemlich schnell, wie mein Kanal jetzt gewachsen ist. Vor allen Dingen hatte ich in drei Monaten jetzt hier in den Sommermonaten so einen riesigen Wachstumsschub. Der hat jetzt leider aufgehört. Das liegt wohl einfach daran, dass ich, äh, nicht so viel regelmäßig Videos produziert habe. Ah, das ist ein bisschen mir selbst zuzuschreiben. Der Fehler, mein eigener Fehler. Ah, naja, was soll man machen? Ähm, ja. Ich habe so einen riesigen Wachstumsschub wegen den Animal Crossing Videos, glaube ich, vor allem, weil die ja auch am meisten Klicks haben. Und... Ja, ich finde es richtig cool. Also, meine anderen Videos laufen zum Verhältnis zu meinen Abonnenten ziemlich normal. Und damit bin ich auch zufrieden. Aber, ja, die Animal Crossing Videos werden halt sogar hyped. Und deswegen denke ich, dass mein Kanal deswegen so schnell gewachsen ist. Ich hoffe mal, es bleibt trotzdem so gut. Und... Ja, es macht halt auch, ehrlich gesagt, mehr Spaß, YouTube zu machen, wenn der Kanal halt auch gut läuft. Weil wenn man jetzt... Ich weiß nicht. Na klar macht man das auch als Hobby für sich selbst. Aber irgendwie freut man sich doch doch schon, wenn andere Leute zugucken. Und... Ja, deswegen ist es irgendwie cool, dass es so schnell ging und so schnell gewachsen ist. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ach, wir haben gar keine Rüben mehr hier unten. Ich hätte es, wie gesagt, auch nicht gedacht, als ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, wir werden ja sehen, wie es dann bald aussieht, wenn ich ein Jahr YouTube mache, wie viel es dann sind. Und ich denke mal... Okay, was haben wir gerade? Wir haben gerade den 2.... Nee, 4. Oktober. Oktober, November. Also noch so knapp einen Monat. Mehr als einen Monat. Dann habe ich... Mache ich ein Jahr YouTube. Und ja, wir werden ja sehen, wie es dann mit den Abonnenten steht. Ich denke mal, so um den Dreh auch bei 4.000... Wenn es gut läuft, vielleicht 4.500. Das wäre ja richtig cool. So die 5.000 noch vor meinem Einjährigen zu knacken, wäre auch richtig toll. Und ich habe von vielen so gehört, wenn es halt einmal so bergauf... Also... Wenn einmal viele Abonnenten da sind, dann bekommt man halt auch exponentiell mehr Abonnenten dazu. Also am Anfang kommen halt immer nur wenige. Aber je größer die Abonnentenzahl ist, desto mehr Abonnenten bekommt man halt auch täglich dazu. Weil man halt auch einfach viel größere Reichweite hat. Und hier, wir haben noch ein paar Blumen. Sollten wir Fritz eine Blume schenken? Müssen wir hier alles einsammeln. Guten Morgen, Esmin. Ok. Er begrüßt mich eigentlich nicht so nett. Ihm würde ich keine Blume schenken. Ich weiß ja nicht. Ich hebe mir die lieber noch ein bisschen auf. Für andere Leute. Das gibt, glaube ich, auch viele Freundschaftspunkte, wenn man jetzt eine Blume schenkt an diesem Tag. Deswegen hebe ich mir das so ein paar Leute hier auf. Bei ihm kaufe ich mir jetzt aber erstmal Hühnerfutter für den Hühnerstall. Fischköder. Oh, cool. Aber wir wollen Hühnerfutter. So, dafür brauchen wir jetzt... Oh mein Gott, habe ich wenig Geld. Ja, okay. Dann kann ich mir das jetzt nicht kaufen. Sad. Ich muss erstmal verkaufen. Ich muss erstmal warten, bis wieder Seidenland wiederkommt. Und ich weiß auch, warum ich so wenig Geld habe, weil ich halt vergessen... Äh, nicht vergessen. Ich habe mir halt den Plan für... Für den Hühnerstall gekauft. Ups. Was mache ich da zum Teufel? Ich wollte eine Blume auswählen und ich wähle einen Stein aus. Ja. Ein Stein sieht einer Blume sehr ähnlich. Definitiv. Oh mein Gott, ist die riesig. So. Oh, das ist ja eine nette Überraschung. Ach, heute ist die Blumenmesse. Na dann, vielen Dank für die nette Geste. Kein Problem, mein Lieber. Weiter geht's. Ich laufe jetzt einfach mit dieser Blume auf dem Kopf durch die Stadt. So, wer wird der nächste Glückliche sein? Gehen mal hier rein. Und geben der Lilly. Ist die überhaupt da? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich warte, ich schau mal kurz. Nee, die ist nicht hier. Egal, Rega kriegt jetzt auch noch eine Blume. Hey, mein Süßer. Ja, hier. So. Und jetzt Veronika bekommt noch eine. Und mit der Ärztin will ich mich auch gerne anfreunden. So, ich freu mich halt mit den Leuten an, die praktisch sind hier, ne? Also, ein bisschen Connections. Weil mit Connections kommt man immer weiter. Oh, das passt auch zu unserem Thema. Zu unserem YouTube-Thema. Ich denke mal auch, wenn man viel mit anderen, größeren, oh mein Gott, was mache ich da? Mit größeren YouTubern zu tun hat. Also, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Aber ich glaube, dann wächst man eigentlich auch ziemlich schnell. Och. Alles in Ordnung. Ich wollte dir doch nur eine Blume schenken. Vielleicht muss ich sie von hinten ansprechen. Oder vielleicht kann ich ihr auch einfach keine Blume schenken. Ja. Scheinbar geht das irgendwie nicht, während sie arbeitet. Sad. Ah ja. Nochmal zurück zum YouTube-Thema. Ich freue mich natürlich sehr über die vielen Abonnenten. Aber Abonnenten sind auch nicht alles. Man muss halt auch einfach wollen. Wenn man das nur macht wegen Abonnenten, dann bringt das irgendwie, glaube ich, auch nicht so viel. Ich habe mir aber immer so gedacht, so, wow, ich will YouTuberin werden. Nein, das habe ich mir nicht immer gedacht. Aber ich habe YouTuber immer sehr bewundert und sowas. Ich bewundere sie immer noch. Wo ist denn, wo ist denn dieser Gunther? Dem will ich auch noch eine Blume schenken. Ja, ich habe sie immer sehr bewundert und ich fand das voll cool. Aber ich dachte so, nee, ich kann das niemals machen. Ähm, aber wenn ihr Lust drauf habt, dann macht das einfach. Ist ja egal. Es kann ja nichts Schlimmes passieren eigentlich. Außer wenn ihr jetzt so richtig komischen Content erstellt, der dann dazu führen könnte, dass man dumme Sachen macht. Ja, keine Ahnung. Aber eigentlich grundsätzlich, wenn man so zum Beispiel Let's Space machen will oder was weiß ich. Lifestyle auch noch oder Beauty. Wenn man das halt ordentlich macht, dann passiert auch nichts und es kommt nichts Negatives dabei rum. Man muss ja auch natürlich ein bisschen selbstbewusst sein. Das gehört dazu, weil sonst ist das gar nichts für einen, wenn man jetzt schüchtern ist. Man könnte es auch als Therapie, so als eigene Therapie nutzen, um seine Schüchternkeit zu überbrücken. Aber eigentlich müsste man schon ein sehr offener Mensch sein und selbstbewusst. Und man müsste halt auch gerne reden, weil, also, das ist jetzt auf Let's Plays bezogen. Oder ansonsten auch kreativ. Das ist eigentlich auch immer sehr wichtig. Und ja, deswegen, ich bin auch eigentlich ein kreativer Mensch, deswegen, ach, ich sag auch deswegen, sorry. Ähm, hier ist sie. Äh, ja, ich hab mich halt auch für meinen Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement entschieden, weil ich ein kreativer Mensch bin. Ich wollte erst Biologie machen, aber dann haben wir mich doch dafür entschieden. Aber wenn euch das interessiert, kann ich darüber auch nochmal ein ganzes Video machen, so, was ich jetzt eigentlich mache und so weiter. Vielleicht so ein paar Infos über mich. Ich weiß nicht, ob es euch interessieren würde, wenn ich auch so ein... Oha, jetzt ist kein Zeitpunkt für Geschenke. Okay. Der will mein Geschenk einfach nicht annehmen. Ist okay. Ich hab jetzt aber noch ziemlich viele Blumen übrig, oder? Naja, Elise kriegt auch noch eine. Und wo ist dieser Gunther eigentlich? Der ist halt irgendwie nicht da. Oma Eda bekommt eigentlich auch noch eine Blume, wenn ich noch eine übrig habe. Aber wo war ich stehen geblieben? So ein Faktenvideo über mich? Ich weiß nicht, ob das euch interessiert. Also ich persönlich fände es ganz cool, aber wenn es euch jetzt nicht interessieren würde, dann wäre es eigentlich auch unnötig. Aber ich habe schon mal so ein paar Countdown gelesen, dass Leute auch ein bisschen mehr über mich erfahren wollen. Und keine Ahnung, ich habe damit nicht so die Probleme. Ich rede gerne. Ja, ich würde es auch eigentlich ganz cool finden, so Beauty-Videos zu machen. Keine Ahnung. Ich liebe zwar Gaming, aber ich liebe auch Schminke. Aber das ist für mich zu viel. Oh mein Gott, sie isst gerade. Toll, ihr kann ich jetzt auch kein Geschenk geben. Toll, dann warte ich, dann warte ich jetzt kurz, bis sie fertig mit Essen ist. Das kann ja nicht so lang dauern, oder? Weil ich habe keine Lust, gleich nochmal hierher zu ihr zu kommen. Ich mache jetzt einfach einen Cut und wenn sie fertig mit Essen ist, dann mache ich weiter. Oh, sie ist schon weg. Ich habe kurz auf mein Handy geguckt und danach war sie weg. Ups. Die Frage ist nur, wo sie jetzt hin ist. Hier. So, jetzt können wir endlich ein Geschenk geben. Ähm, ich mache Elise halt irgendwie nicht. Die ist so eingebildet. Aber egal. Wir können uns ja ein bisschen mit ihr anfreunden. Und jetzt geht es auf. Warte mal. Warte mal. Ich muss schauen, wie viele. Sechs. Okay. Das ist noch mehr als genug eigentlich. Hm. Dann könnten wir auch nochmal bei Fritz vorbeischauen. und Klaus und denen auch eine Blume geben, weil wir haben eigentlich genug Blumen. Die. Wo ist Fritz? Okay, der ist da oben. Und die anderen beiden sind auch da oben. Ja, okay. Dann mache ich jetzt noch schnell den lieben Fritzi. Warte mal. Ich habe die ganzen Namen verwechselt. Also, ich will jetzt hoch zu dem anderen Jungen da oben auf der Farm. Und danach will ich zu Georgia. Nee, nicht Georgia. Alter, ich kann die Namen nicht mehr. Wie hieß denn der andere? Giorgio? Giorgio? Genau. Zu dem will ich noch. Lilly und ähm Fritzi. Oder wie hieß er denn? Fritzi hieß er doch, oder? Der kleine Junge. Aber nee, das kann nicht sein. Der hier heißt doch Fritz. Komisch. Aber erstmal hier nehme ich alle Insekten wieder mit. Marienkäfer. Schmetterling. Marienkäfer. Und schade, dass Gunter irgendwie nicht auffindbar war. Dem konnte ich nämlich jetzt gar nicht schenken. Mit dem hätte ich mich auch gern angefreundet noch. Aber naja, was will man machen? Hier nehme ich jetzt noch die ganzen Insekten mit. Weil die sind wichtig, um Geld zu verdienen. Wir haben ja nicht so viele Feldfrüchte. So. Ach, das ist die falsche. Melanie. Oder der kann ich... Der könnte ich eigentlich auch noch eine Blume schenken. Ich habe ja genug. Ups, falsch. So. Melanie, warte. Halten. Und warte. Hier. Ja, du kriegst auch eine. Und die beiden sind da oben. Ich werde gleich seinen Namen erfahren. Also Georgio erstmal. Oh Gott. Crazy Typ. Einfach nur. Hier. War ja klar, dass es beim letzten nochmal passiert. Ach so. Lutz. Genau Lutz hieß er. Ich hatte seinen Namen irgendwie komplett vergessen. Ich will die ganzen Farben hier übernehmen. Ich will das haben. Ich will auch so eine große Farm. Und jetzt noch Oma Eder. Und dann haben wir eigentlich jedem eine Blume geschenkt. Und haben den Tag erfolgreich gemeistert. Oma Eder. Hoffentlich ist sie nicht am Essen. Okay, gut. Oh mein Gott. Die Blumen haben genau gereicht. Ja, hier. Fein. Kleine Omi. Fein. So, das war's auch von dem Tag. Wir haben's geschafft. Die Blumenmesse überstanden. Jeden eine Blume geschenkt, der eine haben wollte. Also, mit dem wir uns anfreunden wollten. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.